Das Weltall. 14 Milliarden Jahre vor unserer Zeit. Gewaltige Kräfte erschaffen das Universum. Mit dem Urknall entstehen nach und nach Sonnen, Planeten, Galaxien und Abermillionen von Sternen. Einzigartig ist ein kleiner, blauer Planet, die Erde. Wasser, Wärme und der Schutzschild der Atmosphäre schaffen Bedingungen, die es im ganzen Universum wahrscheinlich nur einmal gibt. Ein Klima, das Leben möglich macht. Ozeane entstehen und Kontinente driften auseinander. Temperaturunterschiede zwischen Land und Wasser erzeugen die Winde. Landbrücken lassen die Meeresströmungen entstehen. Landbrücken lassen die Winde auf dem Landbrücken. Untertitelung des ZDF, 2020